Guten Tag, mein Name ist Stefan Pohn. Ich bin der Entwickler und Erbauer des Trinkmixers. Doch was verbirgt sich hinter dem Trinkmixer? Der Trinkmixer ist eine vollautomatische Cocktailmixmaschine. Binnen weniger Sekunden kann das Gerät einen Cocktail nach Wahl auf Knopfdruck zubereiten. Die Auswahl des Getränks und das Starten des Zubereitungsprozesses erfolgt über ein 7 Zoll Touch Display. Die Ereignis von mir für dieses Projekt entwickelte Software schafft eine bedienerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche. Der Trinkmixer wurde so programmiert, dass die Software direkt aus einer Datentabelle die notwendigen Mischverhältnisse der dazugehörigen Zutaten des Cocktails lädt. Zur Ansteuerung der elektronischen Bauteile wird ein Raspberry Pi 3 verwendet. Nach der Auswahl eines Getränks fährt der bewegliche Schlitten zu den benötigten Haltestellen, welche den jeweiligen Zutaten zugeordnet sind. Durch das Zählen der einzelnen Schritte der Schrittmotoren und zwei zusätzlichen induktiven Sensoren wird eine genaue Bestimmung des Standortes ermöglicht. Im gesamten Gehäuse wurden spezielle farbwechselnde LEDs verbaut. Diese passen sich ihrer Farbgebung während des Zubereitungsvorganges an die Farbe des Cocktails an. Nachdem der Zubereitungsprozess abgeschlossen ist, fährt der Schlitten zurück in die Ausgangsposition und die LEDs machen dem Benutzer durch ein Blink-Signal deutlich, dass der Cocktail bereits zur Entnahme ist. Dieser Trinkmixer stellt die Basiskonfiguration mit 6 Dosierer und 3 Pumpen dar. Neben der Basiskonfiguration gibt es auch eine erweiterte Konfiguration. Diese bietet einen Schlitten, der das Bewegen in drei Achsen ermöglicht. Für die perfekte Temperierung des Getränks gibt es die Möglichkeit, den verbauten Behälter mit gebrochenem Eis zu befüllen und diese während des Zubereitungsprozesses dem Cocktail hinzuzufügen. Weiters können bereits fertiggestellte Getränke in Parkstellen abgestellt und dort entnommen werden. Diese Funktion ermöglicht eine Beauftragung und Herstellung von mehreren Getränken zugleich. Diese Maschine ist hauptsächlich für Veranstalter gedacht, die ihren Gästen professionell zubereitete Cocktails servieren wollen, sich aber zum Beispiel den Kostenaufwand für einen Parkkeeper ersparen oder den Trinkmixer als besonderes Show-Element inszenieren wollen. Dadurch, dass die Software beliebig erweitert und adaptiert werden kann, ist es möglich, eine individuelle Cocktail-Auswahl anzubieten. Ein weiterer Vorteil des Systems besteht darin, dass die Software auch mit Registrierkassensystemen gekoppelt werden und mehrere dieser Maschinen über Langkabel miteinander verbunden werden könnten, womit die Abwicklung mehrerer Aufträge und die gesetzeskonforme Abrechnung gewährleistet werden würde. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, das Gerät in Bars, Diskotheken oder bei Großveranstaltungen zur Entlastung des Schankpersonals einzusetzen.